Hey, meine Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Among Us, heute mit der Mimi, hi! Ich wünsche euch viel Spaß! Molly, Maggie! Was ist das denn? Orange! Ah, okay, 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 fuck you. Ich hab einenziehend. Informativ. Eben jemand hat mir gesagt, der Koch im Paradies ist. Geschrieben kenn ich nicht, sagt er, das ist ein Strahler. Muhahahahaha. Gelbmichshaven. Wodurch? Zeig ich den Link. Okay. Ich werde jetzt scannen. Und ich werde jetzt sterben. Du tötest mich gerade. Ich weiß nicht, den töten. Ich weiß doch nicht, warum du mich gerade tötest. Echt? Ja. Doch, ich siehst doch. Guck mir der Scan jetzt auch nicht an. Ich bin getötet worden. Echt? Ja. Ich nicht. Nicht? Nein. Du wirst einen Schutzengel. Dein Schutz machen. Schau. Und scannen. Was ist ein Gerät? Wird ich denn getötet? Ja. Wird ich denn getötet? Wird ich denn getötet? Kann ich jetzt nichts hassen, ja? Nein, ich könnte auch auslösen beim Wunsch. Faszinierend. Verstreber. Ich hoffe, visuell sind an. Ich weiß ja. Okay. Ich kann dir leider nicht... Ich kann nicht... Ich auch nicht. Du willst auch nicht. Ich vertraue dir nicht. Ich dir aber nicht. Warum vertraust du ihm nicht? Er ist doch nett. Aber er ist ja ja ein Poster. Kann auch ein Formwandler gewesen sein. Der, der dich getötet hat. Achso. Könnte ein Formwandler sein. Ich wollte gerade durch die Wände gehen. Das ist krass. Wollt ihr mich verarschen? Aha. Wir haben Schutz. Danke. Ich beschütze dir. Ich sollte Tasks machen. Statt dich zu beschützen. Ich vergesse immer Tasks zu machen. Stattdessen schwebe ich einfach nur dumm rum. Schlau, ne? Oh, ich hätte Waffen gehabt. Da kann man sich auch mit safen hier. Oh. Trittig. Ich bleibe bei Alexa. Okay. Tu das. Ein Rudi Föhler. Ein Rudi Föhler. Aber du kannst doch nicht bei mir bleiben, Idiot. Wo bist du denn? Ich stehe gerade zu dem rechten. Du bist aber beim linken. Mal kurz sagen. Du haben wieder Schütz. Dankeschön. Schütte Böen. Ich muss noch. Wie sie sich versteckt hat, dass ich die abholen komme. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und er drückt jetzt einer. Warum? Also nicht. Keiner tot. Das ist nett. La la la. Ich habe immer noch Hunger. Und ich kann letztlich mein ganzes Essen auf einmal aufessen. Skip. Oder Molly. Warum? Skip. Hä? Was? Hm. Faszinierend. Faszinierend, faszinierend. Ist das doch gut. Warum drückt die denn? Weil sie... Es kann. Ich glaube der oder das oder die kann ich richtig schreiben. Wähl sie einfach. Nein, wähl sie nicht. Ich will wen. Okay. Ich will Molly. Was denn jetzt? Ich habe Molly gewolltet. Ich bin überfordert. Echt? Lässt du dir aber gar nicht anmerken. Ach ja. Ach ja. Hui. Oh. Das war eine knappe Kiste. Ich beschütze dich. Warum wohnt die Alexa? Ich weiß ja nicht. Alexa. Was? Wo bist du hingelaufen? Ich habe mir vor die Türen gemacht. Warte, ich gebe dir sofort Schutz. Wir haben Schutz. Danke. Warum kommen denn die Idioten alle hierher? Wollen die mich verarschen? Oh toll, jetzt wird Molly gleich getötet. Ne, ich glaube die gehören zusammen. Das könnte sein, ja. Töte mich doch los. Ich habe das schon versucht. Echt? Ja. Du bist kläglich gescheitert. Du hast jetzt einen Knopf drücken. Der Schutzengel hat kürzlich jemanden beschützt. Ja, jetzt schieb das schnell auf dich. Ich kann dir leider nicht helfen, ich bin tot. Traurig, ne? Sie hat versorgt mich zu töten. Gut, dass du Scanner hattest. Mhm. Rettet dir wieder mal den Arsch. Tja, Winn 00. Das ist jetzt mies, ne? Mach's Herz, ne? Wenn Molly jetzt mich... Oh, doch nicht. Winn hat dich gewählt, ja. So offen, dass er noch was erreichen kann damit. Ich dachte jetzt nur, dass Molly ihn hätte... Mich... Mich jetzt gewotet hätte. Das wäre krass gewesen. Ja, das wäre krass gewesen. Ja, du musst starten. Ja, wissen die doch nicht. Natürlich, die wissen doch, dass du der Host bist. Sonst wären die ja nicht in die Gruppe gekommen. Ja, aber vielleicht hat sich das geändert. Haben wir jetzt alle einmal Start geschrieben? Ja. Okay. Ich dachte nur, wenn es einstimmig ist. Denk dran, wir haben eine Post owner. Und ich bin es nicht. Und ich bin Besatzungen. Ich schwör digger. Ja, klar Bruder. Voll so ein Digga, Alter. Temperatur aufzeichnen. Orange ist das. Warum? Einfach so. So, wir dürfen nicht sagen, wer uns Mahlzeit getötet hat. Nee, ich muss jetzt download. Erstmal hier die Türen wieder aufmachen. Nö. Meine Hände riechen von einer Mettwurst. Geil. Lass mich ablecken. Meinst du? Was? Bah! Hast du ja nicht gesagt. Ich will auch Mettwurst. Ja, morgen kriegst du welche. Ja, und Kartöfen. Hi. Ja. Nein. Bist das du? Töte mich mal. Ich kann dich nicht töten. Schade. Ich bin nicht Imposteras. Ich bin ein netter Krufmatte. Ich habe Baumkontrolle. Orange ist gerade gewendet. Cool. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine Orange ist gewendet. Ich wurde gerade gekillt. Von? Nicht Orange. Okay, dann ist es nicht Orange. Ja, wir haben Formwandler, ne? Ja, das kann auch sein. Ja, muss aber nicht sein, dass er es ist, ne? Wo ist denn bitte in O2 verdraht? Nach da. Ich bin in O2 am Baum und liege da tot rum. Okay, ich such dich. Wo bist du? Gleich bei O2 am Baum. Bist geschützt. Dankeschön. Also getötet hat mich... ...Win. Okay. Mimi. Traurig, ne? Auf jeden Fall, wenn die einfach bei mir traurig war bei dir. Ach nee, du warst ja noch mit mir am Leben. Du warst ja der Imposter. Kein Wunder, dass die nicht mehr... Was? Nix. Bist du etwas verwirrt? Ja, bin ich doch immer. Und du sowieso? Ich will win. Das war doch win. Ja. Gut. Wir dürfen uns das jetzt nicht mehr sagen. Irgendwann kriegen wir das nochmal hin. Ich dachte, du nimmst das nicht. Nimmst du das auf? Nein. Warum? Siehst du, dann können wir uns alles sagen. Nein, ich nehme auf. Oh, scheiße. Hi! Ich bin am Regner. Okay, okay. Töfter, ne? Töfterich, Töfterich, Töfterich. Töfterich. Ja. Töfter, Töfter, Töfter. Du bist momentan nicht oft am Handy, kann das sein? Warum? Oh, scheiße. Jetzt hast du erst in 22 Sekunden wieder Schutz. Mir ist doch höchstgradig nett. Äh, weil ich dich gefragt habe, ob wir heute zocken. Ach so. Hm. Ich glaube jetzt einfach bei Alexa. Komm, Alexa, wir gehen. Ich kann nicht sofort schützen. Dann schütz, Ami. Wo bist du? Da, wo du nicht bist. Links oder rechts? Links. Komm, schütz mich. Da ist Winn. Oh, ist rechts jetzt keiner. Hast du mich beschützt? Oh, ja. Okay, gut, dann gehe ich zum rechten. Du bist auf einmal weggerannt und Winn war da. Entschuldigung, ich bin beim rechten hingelaufen, weil da irgendwie kein Arsch ist. Ich gehe Tasks machen. Da war Winn wieder. Hier, komm. Was der sich jetzt ärgert muss. An derselben Stelle wie vorhin. Geil. Ich finde das so geil. Wie würde ich voll ärgern können. Wer ist denn an einem Monashop? Weiß ich nicht. Steht jetzt so fast rum? Wegen dem verlieren wir noch. Könnte davon kommen, ja. Oh, nee. Ich kann ihn nicht beschützen. Es tut mir so leid. Ist da einer tot? Nein. Ich habe noch Kill-Cool-Down. Kill-Cool-Down. In Electrical. Ich bin auch in Electrical. Oh, Leute. Kannst du mich schützen? Jetzt, ja. Ich muss immer fünf Sekunden warten. Okay. Schade, dass man das nicht gleich schnell machen kann. Ja, ne? Wo ist der Impostara? Oh, nein. Das ist einstimmig. Nein. Amino. Schobweich. Ach so. Ah, ah. Gut, ne? Ja, ich bin's. Tschüssi. Ja, ich drück doch den Knopf. Aber es geht nix. Passiert nix. Bam, bam, bam. Okay. Okay? Das war ein sehr motiviertes Okay. Ja, ne? Habe ich jetzt voll Bock drauf. Worauf? Schokobananen. Na toll. Ich habe kein Geld. Ich auch nicht. Ich habe trotzdem Bock drauf. So, Leute. Das war's für heute. Vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken. Lasst eine Bewertung da und einen schönen Tag noch. Ciao.